Wer anspruchsvolles Fernsehen mag, der kommt an Arte nicht vorbei. Besonders für das junge Publikum hat der deutsch-französische Sender sein Zusatzangebot weiter ausgebaut. Neben der klassischen Mediathek im Netz gibt es jetzt auch die Arte-App, zum Beispiel für iOS, Android, die Xbox und auch für die Web-TV-Box. Ob Punk, Jazz, Oper, Symphonie oder Kammerorchester, Arte Live Web hat es. Oder wie wäre es mit Alice Cooper bei der AWO-Session in Basel? Oder vielleicht einen Abend bei den HR-Symphonikern verbringen? Was sie sehen, spielt Grabelle und Gershwin. Jede Woche werden aktuelle Konzerte hinzugefügt. Nicht nur die Inhalte sind äußerst anspruchsvoll, auch die Produktions- und Sendequalität hält jeden kritischen Vergleich stand. Der HDTV-Standard wird voll und ganz erreicht. Und das bei einer normalen DSL-Anwendung. Für Arte Live Web brauchen Sie keine Eintrittskarte kaufen. Der Zugang ist kostenlos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017